Bevor du dich für ein Shampoo, eine Spülung oder eine Maske entscheidest, ist es sehr sehr wichtig, erstmal dein Haartyp zu bestimmen. Dazu am besten vom Profi dir die Tipps holen und die Haaranalyse machen lassen. Denn nicht die richtige Verpackung oder das tolle Duft eines Produktes ist für dich ausschlaggebend, sondern dass es am allerbesten zu deinem Haartyp passt. www.feyyaz.tv